So, mal zählte Schlawiner, noch mal wieder hier zusammen mit Kaiser Franz. Ja? Ja, guten Tag. Ich dachte, du sagst doch sowas irgendwie wie Hallo oder so ein Schmutter. Ja, heute fahre ich das Bayern-Schlachtschiff. Jetzt quatscht die mir dazwischen. Das Bayern-Schlachtschiff, Rang 6 bei den Deutschen, die es gestellt 1916, vier Zwillingstürme A 380 mm, 17,7 km Reichweite. Komm, schießt auf den. Und, äh, Maximale Geschwindigkeit 25 Knoten. Oh, die Erober, siehste? Die Erober ist schon ein Scheißbrechwarte für mich. Probieren wir es mal so. Aber weißt du, was mir auffällt? Hier fliegen die Geschosse nicht so hoch. Aha. Also mir aufgefallen, bei allen britischen, äh, Schiffen bisher, die wir ja jetzt bisher haben, ne, bis auf die Black Sworn, wirklich so eine hohe Flugbahn. Scheiße, das ist fast aus der Reichweite. Ich hoffe, wir werden ein, zwei noch treffen. Ach, hier ist eine Insel. Oh, A ist irgendwie voll. Sehr voll. Wir haben uns gar nicht irgendwie überlegt, wo wir irgendwie hinfahren wollen. Nein, haben wir nicht. Also ich find A blöd irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich auch. Ey, hier gibt's ein, die haben ja nur ein Zerstörer, ich werde beschossen. Oh, ich seh, der Zerstörer ist auf der anderen Seite. Äh, ich, ich weiß nicht. Ich muss drehen. Ich noch nicht, aber ich werde hier wohl drehen müssen. Oder ich versuche zu cappen. Das ist natürlich blöd, wenn du keinen Support vor dir hast. Oh ja, ich glaub, die Leander ist das hier. Ja, dann versuche ich da hinter der Insel zu kommen. Ich muss auf jeden Fall abdrehen, weil die Leander hat Torpedos. Kiro, Kiro hab ich grad gesehen. Äh, hab ich auch kurz. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich reinfahren soll. Das ist hier eine Fuso. Mit deiner Insel. Äh. Ja, der Bruder fährt rein, da fahr ich auch rein. Ich seh die Kiro wieder. Okay, ich hab einen Zitadellentreffer, der ist ja fast weg. Mal weg. Und wir cappen. Schöne Sache. Da ist die Leander. Ich dachte, es wäre eine Leander. Aber es könnte an dir auch gewesen sein. Da ist auch irgendwas untergegangen. Ich hab nur noch so den Rest gesehen, ne? Äh. Er fährt weg, aber hier ist ja noch... Die Fuso beschießt mich. Dann fahr ich auf die Fuso zu. Das war so ein Spaß. Relativ gut gezielt. Vier Treffer immerhin. Ich glaub, acht wäre das Maximum. Logisch, bei vier Zwillingstürmen. Ich schieß mich schon wieder. Aber der schießt mit, äh, HE. Lad doch nach, Junge. Oh Gott, was? Was? Okay, nur zwei Treffer. Kann man einschlafen? Naja, der fährt doch weg jetzt Jetzt dreht er Schießt wieder Eine Salve Jetzt hab ich natürlich Bock den zu verfolgen Ich will den jetzt auch kaputt machen So um uns herum ist auch nichts los Eigentlich ist das ziemlich lahm hier jetzt gerade Zack, ich einschlafen kann Wo siehst du nur mit den Hecke schützen Fuso Ich hab auch eine Fuso, bin sie aber bisher nur Zweimal gefahren, ich weiß also nicht wie schnell der ist Ich weiß nicht wie schnell der von mir wegkommt Zwecks Vorhalten Okay, das waren drei Treffer Halt, der wieder abhauen will Eigentlich ist das ziemlich dumm, den jetzt hier so ewig zu verfolgen Aber mich kotzt sowas an, wenn sie ewig wegfahren Weißt du? Da hab ich kein Verständnis für Ungefähr hier Okay, jetzt ist ein lernender Kräuter Einmal auffrischen, kann er noch einmal Jetzt ist der Kotzer auch erstmal wieder weg Okay, der beschießt mich jetzt Mal wieder Ich hab irgendwas mit Ghetto gelesen Bei dem Typen Das ist ja ganz mit Ghetto Einmal leichter Schaden Gott, ich hab ihn nur einmal getroffen Jetzt Jetzt kriegt er vielleicht die Torpedos von Ein einziger Treffer Jetzt kriegt er einen Ja Das gehört sich auch so Letzten Endes Eigentlich ist das dumm Weil wir uns von allen anderen entfernen Nur um diesen Lappen hier zu killen Weil wir denken Was für eine Tonte Ich glaube, er schießt jetzt mich Kein Treffer hab ich gemacht jetzt Jetzt schießt er nochmal Ob mich Viel gebracht hat er nicht Jetzt dreht er Ich werd, glaub ich, auch mal drehen müssen Sonst verliehen So langsam Einmal getroffen Oh Gott So Jetzt kommen auf uns, glaub ich, Torpedos Äh, Bombers Bombers Dann ist natürlich blöd, dass ich jetzt repariert habe Gerade, um diesen Brand zu löschen Ja Aufgeschossen Ja, schieß weiter Schieß weiter Ich hab auch einen weg Und trotzdem machen die zwei kleinen Kacker Schaden auf mich, ne? Hm Der hängt da an der Insel fest Der drückt wird Der fährt rückwärts jetzt Ja Gut, Junge Ich bin wieder abgeschossen Ich hab auch zwei jetzt mal weg Okay Okay, ich werd den Brand einfach, äh Abklingen lassen hier Vorteil dadurch, durch diese Fehler Ja Äh Ist er jetzt in unserer Hand Und so, wenn man diese Pfeife, ja Mit HE schießt Haben wir sowieso nix hier zu befürchten Schießt du auch mit HE? Ja Weil ich das auf dem Zettel stehe Ne, dann ist es falsch Nein, das ist nicht falsch Du hast es mir gesagt AP Nicht HE So Du hast mir Das stimmt Oh Geil Ich mach den weg Vielleicht Vielleicht auch nicht Ich Hab ihn Okay Du machst es auch für die Aber Dankeschön Ja 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 Was 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 Hitler? Wieso Hitler? Was ist mit Hitler? Was heißt das? S-T-F-O Fuck you Ist es S-T? Hallo? Was ist denn? Was ist denn S-T? F-Gadalifr? Fuck you, irgendwas S-T-F-O, shut the fuck up Bei die Fresse So, fahren wir mal zu Zuyu zu Auf die Zuyu zu Ja, Jesus Maria, wieso drehe ich nicht Jetzt kommt Gott auch noch ins Spiel Seine Mami Hitler Jesus Mami Der Papst auch noch, oder? Scheiße, jetzt habe ich ihn verloren Aber ungefähr hier, so ist er Ah, da ist er wieder Schon fast weg Wehe, du killst mit denen Oh Gott, das war ein bisschen scheiße getan Oh Mann Oh Cosiolec Tomas Aber Vorteil Wir fahren direkt auf den Cap-Punkt zu Jetzt kommen ja noch rein bis dahin Die Geschütze wieder drehen hier Aber jedes Mal Regt dich einer auf Und du hast irgendwie einen deutschen Namen Oder was für die vermeintlich deutsch ist Hitler Obwohl du gar nichts gesagt hast Ich meine, ich höre Oder jetzt nicht wirklich Hätte ich jetzt geschrieben Irgendwie bla 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 Keine Ahnung, hast du auch schon Schösses Jetzt 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 ist es eigentlich fast schon wieder vorteilhaft, dass wir hierher gefahren sind Oder ihn verfolgt hatten Weil wir dadurch natürlich direkt hier vorne gleich rankommen Oh, jetzt habe ich hier doch mal noch die Zwiebel bekommen Ich wollte jetzt doch schreiben Irgendwann muss ich ihn ja in die Welt geschissen haben Aber Ist egal Okay, ich cappe I'm cappin So, jetzt nochmal drehen Vielleicht kriegen wir jetzt noch mit dieser Salve weg Oh, wie knapp Wie knapp, wenn man nicht trifft Wer will mir den da killen? Irgendwer klaut mir den kill Der brennt ab Fuck Ich wollte doch noch kämpfen, verdammte Axt Ja, das war es hier Ich will nicht in die Team mehr, du guck Nee, guck nicht, guck Doch, ich guck Du bist der zweite Oh, scheiße, jetzt habe ich reingeguckt und sehe, dass du ganz unten bist Ja Warte, lass mich eben noch, wie ist der Ja, Josef Stahl Nee Koak Worm Ja, den melde ich mal Viel verhalten im Chat Wie Ah, der Ja, die Fuso Ich weiß, man soll das nicht unbedingt petzen Aber man muss sich doch zusammenreißen Und nicht umsonst, war ich schon dreimal für den Chat gesperrt Also, das scheint ja was zu bringen Dann sage ich mal Also, wir Adolf Nazis sagen jetzt mal Danke fürs Zuschauen Dann lasst doch ein Abo Wenn ihr Bock habt Und wenn nicht, dann schicken wir den Kollegen zu euch Der hat euch die ganze Zeit mit Hitler beschimpft Und euch wegheckt Viel Spaß noch beim Zocken Und wir sehen uns beim nächsten Mal Also, haut rein Ciao, ciao Tschö